Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. hat es nur am Rande mit Pokémon GO zu tun. Eigentlich geht es eher um meinen Kanal bzw. um mich und meine Erreichbarkeit und alles mögliche. Denn es war schon lange im Gespräch, Ramses, kannst du nicht vielleicht eine Fangruppe eröffnen? Kannst du nicht vielleicht eine WhatsApp-Gruppe machen? Kannst du nicht einen Discord-Channel machen? Kannst du nicht sonst was? Ich weiß natürlich nicht, was das Sinnvollste, was das Beste ist. Jetzt haben sich der Dragonite und der Marcel Dose hinter meinem Rücken verbündet und haben einfach eine Ramses-Fangruppe auf Telegram erstellt. Dazu gibt es auch einen Einladungslink. Da sind kaum Teilnehmer drin, weil keiner diese Gruppe kennt. Aber es wird an der Zeit, mal ein bisschen Werbung dafür zu machen, weil ich auch sehe, gerade bei den Streams im Chatbereich, viele Leute kennen sich da so untereinander, die sich dann im Stream irgendwie nur sehen, irgendwie nur finden, auch immer fragen, jo, kann man dich irgendwie anschreiben, kann man dich irgendwie finden, kann man irgendwie Kontakt aufnehmen? Und diese illustre Stream-Gemeinde, die sich da gebildet hat, wo viele Leute regelmäßig einschalten, die könnte man ja trotzdem in so einer Ramses-Fangruppe irgendwie auch vereinen, dass die auch mal außerhalb der Streams miteinander kommunizieren können, können sich da mal austauschen. Ihr könntet sogar eure Raid am Mittwoch-Sachen dort schicken in dieser Telegram-Gruppe. Problem ist, dann sieht das halt im Prinzip schon jeder. Wenn ich das für Raid am Mittwoch nutzen würde, wäre das gar nicht mehr neu. Außer für die Leute, die da nicht drin sind, aber ihr könnt da Fragen stellen, ihr kriegt da Tipps sicherlich von anderen Spielern, von anderen Mitgliedern. Ihr könnt euch über aktuelle Themen da auch unterhalten und diskutieren. Ist vielleicht eine feine Sache und trotzdem gibt es Leute, die sagen, gibt es denn nicht eine WhatsApp-Gruppe? WhatsApp wäre doch besser, macht doch WhatsApp, aber WhatsApp. Ist ja das Problem, dass nur 250 Teilnehmer maximal in so eine Gruppe rein können. Ich will jetzt nicht sagen, jo, der Ramses, der ist so fame, der sprengt die 250, aber trotzdem ist man davon von herein schon begrenzt. Und bei Telegram ist das, glaube ich, nicht so. Bei Telegram, da gibt es ja auch Gruppen und Server und Sachen und das sind 34.000 Leute drin, 34.000 Member, Mitglieder, was auch immer oder so. Und deswegen, und ich musste selber nicht mal was machen, das ist ja nicht mal meine Gruppe. Ich habe die ja nicht erstellt. Wie gesagt, der Dragonite, also Dragonfire und der Marcel Dose, danke dafür übrigens, haben die erstellt, BisaFanTV ist da drin, Sabrina wollten sie vielleicht noch einladen. Da habt ihr wenigstens auch nicht die Handynummern der einzelnen Leute, dass sie nicht geleakt werden und rausgehen wie in einer WhatsApp-Gruppe, sondern ihr könnt darüber einfach eintreten, könnt euch da austauschen. Also für jeden, der das interessant findet, der sagt, das ist eine coole Sache, da möchte ich auch gerne rein. Ich packe den Link natürlich in die Beschreibung, ihr könnt da draufklicken. Ab diesem Video wird der Link auch unter jedem Video stehen zur Telegram Ramses-Fan-Gruppe. Das muss ich in der Standardbeschreibung dann noch ändern und bei den letzten paar Videos vielleicht aktualisieren. Das also nur zur Info. Da geht es natürlich dann um Pokémon Go. Da geht es um den Kanal, da geht es um euch, da geht es um News, da geht es um alles. Also ist trotzdem irgendwo eine feine Sache. Der Maurice, also der CM Punk, der Herr Bier, hat ja auch gesagt, er würde mir einen Discord-Channel anbieten und einrichten, hat er auch schon mal gemacht und dass ich den anbieten kann. Aber wenn ihr dann noch verschiedene Spalten habt, wo einmal, da kommen die Raider Mittwochfolgen, da kommt Ramses Kitchen, da kommen die normalen Pokémon-Sachen, da kommen aber die CD-Videos, da kommt das und da sind noch Frage-Antwort hin und her. Ich meine, ich komme so schon kaum hinterher, dass ich immer in Instagram gucken muss. Wer da geschrieben hat, dann muss ich immer bei Facebook gucken, dann muss ich bei Telegram gucken, dann muss ich bei WhatsApp gucken, dann muss ich bei Discord so gucken, wenn ich jetzt auch noch einen Discord-Server habe, wo noch mal viel mehr abgeht, muss ich da auch noch regelmäßig reingucken und schauen und machen. So richtig habe ich den Sinn von einem Discord-Server dann nicht verstanden, weil wer die Videos gucken will und den Kanal abonniert hat, da kriegt er mit, wenn da was Neues kommt. Da muss ich ja nicht nochmal jedes Video auf einem bestimmten Server in einer bestimmten Kategorie reinknallen. Joa, aber so eine Telegram-Gruppe, einfach nur für die Zuschauer untereinander zum Austauschen, zum Labern, zum Kennenlernen, zum gemeinsamen Hedged-Videoabend gucken und Pizza essen, das ist vielleicht eine gute Sache, deswegen hier kleines Infovideo dazu. Und heute wird es auch noch ein kleines Infovideo geben, nämlich später, das muss ich dann noch aufnehmen, ich muss gleich erstmal zum Raid, wie ihr von zu Hause aus Pokestops einreichen könnt, beziehungsweise wie ich für euch von zu Hause aus Pokestops einreichen kann, was auch ein Thema im Stream war, was ich jetzt getestet habe, was funktioniert hat, richtig genial, dazu aber später ein Video, wer die Möglichkeiten hat, kann das nämlich dann selber machen und wer nicht und gar nichts hat und lieb ist, vielleicht mache ich das auch mal, alles unentgeltlich natürlich und joa, dazu aber ein extra Video, dann später, jetzt erstmal das, also der Link zur Telegram-Gruppe steht in der Beschreibung, steht ab jetzt dann auch unter jedem Video in der Beschreibung, ich würde sowieso sagen, guckt einfach öfters mal in die Beschreibung rein, viele Leute fragen auch immer, jo, wie ist dein Trainer-Code, kann man den irgendwie rauskriegen, erfahren, kann man nicht irgendwie adden, sagst du den oder guckt einfach in die Beschreibung, er steht unter jedem Video in der Beschreibung, so wie auch der Link zu dieser Telegram-Gruppe dann unter jedem Video in der Beschreibung steht. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus, der Adi ist auch schon wieder am Start, wir, nee, was, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und euer Adi, das ist ein gutes Zeichen, wenn der Schwanz sich bewegt, gell? Ahhhh! 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 Party! Party hoop!